So meine Lieben und Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video die Matchergegnisse aus der 11. Runde der Highbet österreichischen 1. Liga. Die Young Violets verlieren zu Hause gegen den SV Lafnitz mit 2 zu 3. Der FC Morantoy bei 19.13 verliert zu Hause gegen den FC Lieferung mit 1 zu 2. Der SV Horn schlägt zu Hause den GERK-Armor in 19.2 mit 2 zu 0. Der FAC schlägt den FC Blau-Western mit 4 zu 1 zu Hause. Der Kaffemberger Sportverein dreht sich vom SKO Ertelklasse am Stetten mit 0 zu 0. Der FC Wacker Innsbruck gewinnt zu Hause gegen die Rapid Amateure mit 2 zu 1. Vorwärtssteierer schlägt zu Hause die Junos aus Oberösterreich mit 3 zu 1. Und heute das 10.30 Spiel SK Austria Klarenfort gewinnt zu Hause gegen Australos-Denau mit 2 zu 1. Dann die Tabelle nach elf gespielten Spielen. Auf Platz 1 der FC Lieferung mit 26 Punkten aus 11 Spielen. Auf Platz 2 der SV Licht Doyle Lafnitz mit 25 Punkten aus 11 Spielen. Auf Platz 3 der SK Austria Klarenfort mit 20 Punkten aus 11 Spielen. Auf Platz 4 der FC Blau-Western mit 19 Punkten aus 11 Spielen. Auf Platz 5 ebenfalls mit 19 Punkten der FC Wacker Innsbruck. Auf Platz 6 dann FAC Wien mit 17 Punkten aus 11 Spielen. Ebenso 17 Punkte. Auf Platz 7 der GERK 19.2 nach 11 Spielen. Auf Platz 8 SC Austria Lustiger mit 15 Punkten aus 11 Spielen. Auf Platz 9 ebenfalls mit 15 Punkten aus 11 Spielen der FC Mooran in Dornbirn. Auf Platz 10 SV Horn mit 13 Punkten aus 11 Spielen. Auf Platz 12 die Junos Oberösterreich mit 11 Punkten aus 11 Spielen. Auf Platz 13 SKR Erdregas Amstetten mit 9 Punkten aus 11 Spielen. Ebenso 18 der Kampferner Sportverein. Auf Platz 15 die Young Violets Austria Wien mit 6 Punkten aus 11 Spielen. Und am Tabellenende auf Platz 16 der SK Rapid Wien 2 mit 5 Punkten aus 11 Spielen. Das war es von diesen Ergebnissen. Haut rein und ciao.